Denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Hallo, ich bin's wieder, eure Nola. Und ich habe wieder eine tolle Geschichte für euch dabei. Sie heißt Fast gleich. Timo hat eine Einladung von Yannick zum Geburtstag bekommen. Er weiß nicht so recht, ob er sich freuen soll. Er mag Yannick, darum geht es nicht. Aber Yannick hat eine Lernbehinderung. Deshalb geht er in eine Sonderschule. Und die anderen Kinder, die kommen, sind alle aus Yannicks Klasse. Die sind alle ein bisschen anders, vermutet Timo. Das macht ihm Angst. Mama hat eine CD über Weltraumforscher für Yannick gekauft. Von seinen Eltern bekommt er nämlich eine Musikanlage für sein Zimmer. Mama bringt Timo zu Yannick. Yannicks Vater hat eine Schatzsuche vorbereitet. Richtig schwer. Mit Kompass und ganz genauen Angaben. Timo staunt, wie gut Yannick mit dem Kompass zurechtkommt. Dafür liest er nicht besonders gut. Die Aufgabe übernimmt Timo. Leo, ein kleiner Junge mit einer Brille, klatscht vor Aufregung immer wieder in die Hände. Er findet die meisten Pfeile, die als extra Hilfe überall auf dem Gehweg gemalt wurden. Joshua, der groß und kräftig ist, trägt die Schippe zum Ausbuddeln des Schatzes. Er sagt nicht viel. Nach über einer Stunde haben die Kinder die Stelle gefunden, wo der Schatz sein müsste. Im Sandkasten der Schule. Jetzt kann Joshua zeigen, was er drauf hat. Mit viel Schwung fängt er an zu graben. Schon bald stößt er auf etwas Hartes. Jetzt helfen alle mit. Sie graben mit den Händen den weichen Sand weg. Eine richtige Holzschatztruhe finden sie. Die ist allerdings abgeschlossen. Joshua darf die Truhe nach Hause tragen. Timo übernimmt die Schippe. Zu Hause warten Pommes und der Schlüssel auf die Jungs. In der Truhe sind kleine Taschenmesser, Glubsch-Augen zum Essen und Schokoladengoldmünzen. Als Mama Timo abholt, protestiert er. Oh, was jetzt schon? Kannst du nicht später nochmal wiederkommen? Ja, Timo hatte erst Angst, auf den Geburtstag zu gehen von Janik, weil er nicht wusste, was da so auf ihn zukommt. Weil die Kinder ja irgendwie ein bisschen anders sind. Aber das hat so schnell keine Rolle mehr gespielt, weil er gemerkt hat, wie viel sie gemeinsam haben. Es geht also um die Gemeinsamkeiten und nicht um die Unterschiede. Und außerdem hat Gott jedem eine Superpower gegeben. Wisst ihr, Leo, der kann gut die Pfeile finden. Und Joshua, der ist kräftig und stark, der kann die Kiste heimtragen. Und ihr habt auch eine super Power. Bis morgen, ihr Superhelden. Und ihr habt alle Fragen. Vielen Dank.